Ach, das ist der Spawner. Geh weg, geh weg, lass mich in Ruhe, gib mir das Schwert. Ja genau, hier haben wir wieder vier Wege zur Auswahl. Da oben, was ist das? Ach, der, haha, ja, der fette Gast hängt hier direkt über uns. Geh weg. Okay. Sind wir jetzt hier in der, nee, in der Mitte sind wir nicht. Oh, da hinten sieht man schon ein Hexenhaus. Da, also es soll eigentlich so Hexenmeister geben. Da ist auch jeweils ein Spawner in diesen Häusern drin. Bis jetzt ist aber noch nie was gespawnt. Ich habe da mal eine Zeit lang abgewartet, aber irgendwie ist nichts passiert, leider. Hm, also es geht noch ein ganzes Stück nach oben. Aber wir gucken uns jetzt erstmal hier die vier Wege an. Ähm, was wollte ich eben sagen? Ja genau, ähm, wenn wir hier jetzt keine vier Turmschlüssel finden, dann würde ich einfach sagen, ich hole mir die über Too Many Items, damit wir mal trotzdem diese Tür da öffnen können, auch wenn wir jetzt die Schlüssel nicht haben. Verzaubertes Buch. Sea Leaf Rüstung. Da ist wieder ein Turmschlüssel. Maze Wafer, Leuchtkäfer. Federfall 3. Ja, okay, unsere Stiefel haben Federfall 10. Ich denke mal, wir brauchen dieses Buch nicht. Aua. Das war es hier auch schon. Okay. Rechts, links, geradeaus. Gehen wir erstmal nach rechts. Irgendwo sind hier noch jede Menge Spinnen. So, hier ist wieder Lichtkonstruktion. Ich check echt nicht, was der Sinn von diesem Kolben da jetzt ist. Falls das jemand weiß, schreibt es doch in die Kommentare. Keine Ahnung. Äh, hier ist wieder eine Kiste. Eisenholzrüstung. Glowstone-Staub. Verzaubertes Buch. Effizienz 3. Turmschlüssel. Leuchtkäfer nehme ich auch mal mit. Okay, wir haben drei Turmschlüssel und immer noch zwei Wege zu gehen. Das ist doch eine ganz gute Chance, würde ich sagen, dass wir die Schlüssel finden. Äh, ja, hier geht's weiter. So, dann gehen wir doch jetzt mal hier lang. Hallo Enderman. Stirb. Oh, hat sogar überlebt. Uah. Achso, Spinne. Geh weg, geh weg. Vergiftet die mich irgendwie? Nee. Okay. Äh, was haben wir denn hier? Ein kleines Kletterspiel. Ich hole erstmal eben den Gast von da oben runter. Uah. Oh. Geh weg. Hat mich jetzt gerade mein... Alter. Hat mich mein Pfeil jetzt gerade bis in diesen Raum hier zurückgeschleudert? Alter. Moment, was hab ich denn... Aber ich hab doch nicht irgendwie Rückstoß oder so auf den Bogen. Das ist ja... Oh. Jetzt droppt hier gerade noch das Pulver. Äh, ja, keine Ahnung, merkwürdig. Nee, da ist falsch. Ich muss irgendwie... Hopp. So, ich mach euch nochmal eben wieder Licht. Und unser erster Stack Fackeln ist auch gleich aufgebraucht. Ich hoffe, es geht nicht mehr allzu hoch. Ähm... Fackeln. Wo waren Fackeln? Fackeln. Da sind Fackeln. Okay. So, und ich mach... Hier mal im Licht. Und dann mach ich das Lied gerade mal weiter. Geht ein bisschen auf die Ohren. Das nicht? Ja, nimm mir das. Das ist immer gut. So, hier ist wieder eine Kiste. Kein Turmschlüssel. Schade. Diamanten, Leuchtkäfer. Reiz des Halten. Holzkohle. Geht's noch höher? Nee, okay. Wir sind scheinbar ganz oben. Na gut. Wir haben immer noch eine Tür offen. Da kann immer drei Schlüssel sein. Ah, geh weg. Hoffe ich. Ich hätte den Spawner da echt mal kaputt machen sollen. So. Blub, 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 blub. Hallo, Herr Gast. Auf Wiedersehen. Oh, da ist noch einer. Ja, zwei sogar. Ich sehe dich. Aua. Wieso trifft mich der Pfeil immer? Uh, haha. Oh. Ich habe sein Ding ins Zurück geschossen. Ja, hier ist noch einer. Stirb. Okay. So. Es geht noch höher. Wo ist denn hier? Hier ist die Kiste. Sehr gut. Und es geht noch höher. Achso, hier sind wir wieder. Oben auf der Festung. Na gut. So, Turmschlüssel. Ja. Vierter Turmschlüssel. Sehr gut. Maze Wafer. Leuchtkäfer. Rückstoß 2. Eisenholz. Rüstung. Leuchtkäfer. 22 Leuchtkäfer. Was kann ich denn damit? Moment, ich will mir mal was ausprobieren. Kann ich die zufällig zur Beleuchtung benutzen? Ich glaube, es ist heller geworden, oder? Testen wir das mal irgendwo hier. Fackel weg. Feuer aus. Fackel weg. Ah, Tatsache. Die kann ich zur Beleuchtung benutzen. Und die machen so ein schönes Geräusch. Was ist denn das für ein Geräusch? Ist das von Slimes? Keine Ahnung. Naja, gut. Alternative Beleuchtung also. Dann geht es jetzt zurück in den Hauptraum. Hier sind ein paar Spinnen abgeschmiert. Stirb. Okay, wo war der Hauptraum? Hier runter. Da ist der Hauptraum. Hier haben wir auch ein paar Netawarzen. Geh weg. Ich check aber immer noch nicht diese Blöcke hier. Die machen mich ganz weh irgendwie. So, Turmschlüssel. Turmschlüssel mal eben hier hin. Zack, 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 zack. Zack. Ha. Funktioniert. Alter, wer bist du denn? Lass mich los. Lass mich los. Scheiße. Geh weg. Lass mich los. Was? Oh Gott. Wo bin ich jetzt? Von da bin ich gekommen. Okay. Ja, wie gesagt. Neue Monster. Gibt es doch so einige. Da geht es weiter. Hier geht es hoch. Ich gehe... Was? Ah. Lass mich runter. Scheiße. Wo ist denn der jetzt wieder hergekommen? Ist hier ein Spawner? Ne. Na gut, gehen wir erstmal hier weiter. Hier ist wieder alles kaputt. Kommen wir hier überhaupt hoch? Ne, hier kommen wir nicht weiter. Zumindest nicht ohne Pegasus. Wer bist du denn? Keine Ahnung. Warum sind hier nur Pegasus-Ponys, die ich nicht kenne? So, kommst du wieder her. Da ist das ein Gast-Spawner? Sieht fast so aus. Ja, ha, ha, ha. Stirb. Hier haben wir schon wieder vier Wege zur Auswahl. Ei, ei, ei. Also ich glaube, allein die Erforschung dieser Festung hier dauert schon mindestens eine Stunde. Ah, Gast. Okay, wo geht's denn hier überhaupt hin? Diese Törner hier, die sehen wieder genauso aus. Ja, hier ist wieder eine Kiste. Sehen so aus wie diese anderen. Redstone-Lampe, Pfeile, Diamanten, Eisen, Flint. Ja, hier sind wir wieder irgendwo oben. Da unten, äh, oben fehlt wieder, beziehungsweise ist wieder so ein komischer Boden. Hm. Aua. Ich glaube, ich gehe nochmal wieder zurück in den Hauptraum und dann gucke ich nochmal eben, ob es da noch irgendwas... Oh, das sind wieder diese, die sich wieder aufbauen. Ach, hier ist ein Balkon oder sowas. Ach ja, okay. Okay. Schöne Aussicht übrigens, direkt auf eine riesige Wand. Ja, und ich denke mal, hier, das sind wieder... Äh... Ja, ich wollte gerade sagen, sollte hier nicht eigentlich wegploppen. Ja, hier ist wieder so ein komischer Turm, wo wir eben schon drin waren. Ich gehe jetzt in den Hauptraum nochmal eben wieder. Wo geht's lang? Hier? Äh... Ne, Moment, wir müssen die Treppe... Ja, genau, Treppe runter. Und dann... Tja, gucken wir... Uah, Hilfe. Wie bin ich denn hier... Achso, mit dem Pony, genau. Wo geht's hier runter? Dahin. So, zurück in den Hauptraum und dann gucken wir nochmal... Irgendwo ging hier doch... Ja, hier geht eine Treppe hoch. Ja, nicht... Uah, Creeper. Okay, Treppe ist ein wenig kaputt. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Oh, es regnet. Dann brauche ich mal wieder unseren Erdblock hier. Äh, Erdstack. Ja, Creeper, geh weg. Wieso sind hier überall Creeper? Hier sind Öfen. Amboss. Wir haben wie eine Werkstatt oder sowas. Ist hier irgendwo was drin zufällig? Nee. Ach nee, hier ist schon wieder so ein... Ja, Spinn, lass mich in Ruhe, meine Fresse. Stirb. Hier ist wieder so ein Rätsel. Da geht's noch höher. Ich glaube, ich check das irgendwie nicht. Was muss ich denn hier machen? Was bringen mir diese Blöcke jetzt hier? Gar nichts. Also, wenn irgendeiner von euch sich mit dem Twilight Forest hier auskennt, dann schreibt mir doch mal bitte, was man hier eigentlich machen müsste. Ich cheate jetzt mal wieder auf. Leider, Schei. Ich cheate mich mal eben nach oben. So. Denn ganz ehrlich, müsste ich jetzt... Ups. Noch überlegen, wie man dieses Rätsel löst. Dann würden wir hier auch in 5 Stunden noch sitzen. Ich höre wieder Lohen. Und hier fehlt doch wieder der Boden. Das kann doch nicht so gehören. Oder doch? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Du siehst mich nicht. Beziehungsweise du siehst mich schon, aber du bist noch nicht böse auf mich. Aua. Scheiße, hätte ja klappen können. Ah, geh weg, Lohen. Hier sind noch mehr. Ich höre sie. Da ist noch ein Gast. Wo seid ihr? Da ist sie. Stirb. Stirb. Du auch. Da oben sind noch mehr. Stirb. Aua. Alter, was geht denn hier ab? Stirb. Stirb, ihr Gast. Gebt mir eure Tränen. Du auch. So, hier ein bisschen Licht für euch. Irgendwo ist hier wieder... Übelste Spinnenparty. Hier brauchen wir... Oh. Da brauchen wir wieder einen Schlüssel. Ich denke mal, hier kommen wir wieder in so einen Neben... Ja, hier geht es wieder in so einen Nebenturm. So, du gehst mal in... Ja, Wasser... Äh, Feuer, aus, so. Okay, komm, ich mach mal eben hier. Creative. Machen wir doch mal eben... Zack. So, äh, hat keiner gesehen. Ohne erlaubt Zutritt verschafft. Aber wo sind wir jetzt? Hier gibt es Wiedergänge. Gibt es... Ja, hier gibt es ja auch eine Treppe. Jetzt geht es noch höher. Was ist das? Äh, ich mach mal Licht. Okay. Oh, eine Kiste. Redstone, Macewafer, Leuchtkäfer. Können wir da eigentlich... Äh. Scheiße, im Ehrgarten. Ich hab... Keine Ahnung, waren wir... Nee. Hä? Kann ich da jetzt eine Fackel hinten bauen? Nee, kann ich nicht. Oh, und da geht's... Nee, da geht's nicht weiter. Spinnen. Scheiße, wo... Ah, Kacke von da oben. Ah, ich hab mir mein Schwert. Ah, Golem. Und Spindel und... Ah, geht weg. Lass mich hier durch. Bin ich hier richtig? Hier bin ich richtig. Okay. Creeper. Geht weg. Du gehst weg. Und... Ah, du gehst auch weg. Also, wenn ich mir das gerade vorstelle, ich soll... Äh. Ich komm da nicht ran. So. Ich soll diese Festung hier erforschen, ohne... So eine übelstgeile... Oh, ich muss mal was essen. Ohne so eine übelstgeile... Rüstung und Waffe zu haben. Das ist ja... Mega übel. Einfach nur. Addiert sich das eigentlich? Nee. Hier ist wieder ein Rätsel... Und... Ah, dieses schreckliche Lied. Moment. Moment. So. Nein, das nicht. Ja, das ist gut. Komm. Äh. Pegasus. Shining Armor? Nee. Doch. Nee. Zeig mir deinen... Dreh dich. Kann ich nicht erkennen. Zu pixelig. Na gut. Jetzt sind wir...